In diesem Video geht es um die besten HDMI-Kabel. Der Qualitätssieger in unserem HDMI-Kabel-Test geht an das Amazon Basic HDMI-Kabel. Die mit 24-karätigem Gold beschichteten Kontakte garantieren höchste Korrosionsbeständigkeit und eine verbesserte Signalübertragung. Mehrdrahtige hochreine Kupferleiter sorgen für eine exzellente Signalintegrität und minimieren Widerstände. Eine Abdeckung aus 100% hochdichtem Polyethylen und eine Polyvinylchlorid-Ummantelung schützen vor Signalstörungen von außen. Metallgeflecht und eine zweilagige Aluminium-Mühler-Abschirmung schützen vor externen Signalinterferenzen, garantieren eine stabile Signalübertragung und minimieren Signalverluste. HDMI-Kabel A-Stecker auf A-Stecker unterstützt Ethernet, 3D, 4K-Video-Wiedergabe und Audio-Rückkanal. Entspricht dem HDMI-Standard 2.04K-Video-Wiedergabe bei 60 Hz, 2160 Pixel, 48 bbp Farbtiefe. Der Bandbreiten bis 18 Gigabit unterstützt und abwärtskompatibel mit den vorherigen HDMI-Standards ist. Kompatibel mit allen 3D-Blu-Ray-Playern, Real-3D-TV, AV-Receivern mit Full-HD sowie mit Ultra-HD unterstützt alle Auflösungen für die Playstation 3, Playstation 4 und 5, Xbox, Xbox One und die Auflösung 4K Ultra-HD. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das CSL 8K HDMI-Kabel. Willkommen im Zeitalter von 8K. Genießen Sie HD-Videos und digitale Audiosignale in höchster Qualität. Das zukunftssichere HDMI-Kabel überträgt Bilder in exzellenter Auflösung bis zu 7680x4320 und 120 Hz. Verbindung von internetfähigen AV-Komponenten mit Audio-Rückkanal überträgt alle digitalen Audio-Formate wie 2.0, 2.1, 5.1, 7.1, DTS-HD-Master-Audio, Dolby True HD, Dolby Digital, DTS. Unterstützt erweiterte Farbräume wie XV Color Plus Deep Color bis 48-Bits Farbtiefe. Das Kabel ist dreifach geschirmt. Zwei Alu-Mühlerfolien, umwickelt von einem Drahtgeflecht, sorgt für eine lückenlose Schirmung. Passgenaue Präzisionsstecker mit Vollschirmung. Abwärts kompatibel, kann mit früheren HDMI-Versionen verwendet werden. Auflösungen unter anderem 5120x2880 Pixel in 60 Hz. Der Preis-Leistung-Sieger in dem HDMI-Kabel-Test ist das Kabel-Direkt-HDMI-Kabel. Das Kabel verbindet Fernseher-TV-Geräte oder Monitore mit Blu-ray-Playern, Konsolen und anderen Geräten, die einen HDMI-Ausgang bieten für fantastische Bild- und Tonqualität. Das Kabel übertrifft dank erstklassiger Fertigungsqualität die High-Speed-Spezifikation und überträgt daher UHD-Zwei-Auflösungen wie 8K in 60 Hz, HDR, 7.1 Surround Sound, Arc und sogar Ethernet-Daten. Kabel-Direkt-HDMI-Kabel werden maschinell verlötet und strengen Funktionstests unterzogen. Vergoldete Stecker, mehrfache Abschirmung und hochreine Kupferleitungen sichern störungsfreien Betrieb 36 Monate Herstellergarantie. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt. Geeignet für PCs-Notebooks, Spielkonsolen, Blu-ray-DVD-Player, TV- und Streaming-Empfänger, Monitore, Fernseher, Beamer-Projektoren und jedes andere Gerät mit HDMI-Anschluss. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.